In diesem Video werden 5 Möglichkeiten gezeigt, um den PC zu zerstören. Hier wirft man einfach eine Feder aus Skulk und wir sehen, oh mein Gott, auf ein ganzes TNT-Feld. Ja, da sagt der PC auf jeden Fall Tschüss. Dann haben wir mal hier ein Bienennest. Wir machen Nachts spawnden Bienen. Okay, ganz viele Bienenneste nebeneinander und oh Gott, oh mein Gott, einfach mal auf Tag umstellt, Crash Minecraft. Jetzt haben wir hier einen, oh nein, ich weiß nicht, worauf es hinausläuft. Wir haben hier Biegenblöcke und wahrscheinlich wird jetzt die ganze Welt gefüllt mit Biegenblöcke. Es war einfach so klar, Leute, es war so klar. Oh mein Gott. Hier haben wir einfach mal Kakteen und da wird wahrscheinlich einfach ein Kaktus abgebaut. Oh mein Gott. Ja, da sagt auch der PC Tschüss. Was wird jetzt hier gemacht? Hier bauen wir einfach mal etwas ab und was wird jetzt hier gemacht? Hä? Alle Blöcke werden auf einmal entfernt. Oh, okay, kann man machen, chillig.